Reisen nach Thailand, wie ist die aktuelle Situation in Thailand heute am 26. November 2021? Hallo Leute, das ist wieder Mario aus Thailand. Im heutigen Video schauen wir uns ein paar Anpassungen an zu den Einreisebestimmungen, dann aber auch ein ganz wichtiges Meeting, das heute stattfindet und entscheidend sein wird, ob Leute aus DACH, Deutschland, Österreich, Schweiz in den kommenden Wochen, Monaten noch erleichtert einreisen können und halt noch weitere News zu Einreise und auch Aufenthalt in Thailand. Ja, das Meeting, das ist das, auf welches heute alle warten und zwar hat die CCSA heute eine Sitzung und da wird dann auch darüber gesprochen, also man geht davon aus, dass darüber gesprochen wird, ob die Liste angepasst wird, wo die Länder aufgeführt sind, in welchen die Covid-19-Zahlen niedrig sind. Und wie ihr ja wisst, gibt es zurzeit in Europa ein kleineres Problem, die Zahlen steigen massiv, Deutschland, Österreich, die Schweiz auch, melden höhere oder viel, viel höhere Covid-19-Zahlen jetzt, wo es wieder etwas kühler wird oder kühler ist. Und in Thailand ist es ja so, dass wir, die Leute aus DACH, Deutschland, Österreich, Schweiz, als vollständige Geimpfte einreisen können und uns dann hier nach einem Tag in einem SHA-Plus- oder SHA-Hotel frei bewegen können. Sollte jetzt aber heute in Thailand bei dieser Sitzung entschieden werden, dass DACH nicht mehr auf der Low-Risk-Country-Liste sein sollte, dann werden die Einreisebestimmungen für uns aus Deutschland, Österreich, Schweiz angepasst und wahrscheinlich auch die umliegenden EU-Länder, wo dann halt eben die Covid-Zahlen auch höher sind. Aber mehr dazu dann, wenn wir das Ergebnis der heutigen Sitzung wissen. Dann, ein weiterer Punkt wird heute beim Meeting wahrscheinlich besprochen, und zwar, dass man Personen aus bestimmten Ländern die Einreise erleichtert, also sofern sie aus einem Low-Risk-Country kommen. Und das würde dann bedeuten, dass man wie Kambodscha in Thailand bei Ankunft keinen PCR-Test mehr machen muss, sondern nur noch einen Rapid-Test, also diesen kleinen Schnelltest. Schnell in den Mund rein, raus und dann zeigt er ja positiv oder negativ und dann kann man rein. Also nicht da Stäbchen in die Nase, Stäbchen in den Mund rein. Das wäre eine massive Erleichterung. Kambodscha hat das bereits, ich habe darüber berichtet, auch das wird heute entschieden. Also sollte es so sein, dass DACH Deutschland, Österreich, Schweiz immer noch auf der Low-Risk-Liste bleiben wird und die heute auch noch den Schnelltest durchbringen, dann wird das sicher wieder mehr Leute anziehen, die nach Thailand reisen. Jedoch bleibt der Covid-Test, der vor Abflug gemacht werden muss. Dann kommen wir zum Online-Einreisesystem Thailand Pass. Da gibt es auch Änderungen und vor allem gibt es da vielleicht eine ganz, ganz wichtige Änderung. Ich habe es ja vorher gesagt, wenn beim Meeting heute herauskommen wird, dass oder sollte, dass der PCR-Test bei Einreise abgeschafft wird, dann müsste man ja auch nicht mehr in dieses Hotel gehen und eine Nacht in einem SHH-Plus- oder SHH-Hotel verbringen. Und die haben jetzt beim Thailand Pass Online-System mal ein paar Dinge noch angepasst, nämlich, die haben so eine Drop-Down-Liste, auf die kann man klicken und dann sieht man alle Hotels, die verfügbar sind. Also diese SHH-Plus-Hotels, wo man ja jetzt noch eine Nacht oder sagen wir mal etwa 6 Stunden dauert, bis man das Ergebnis vom PCR-Test bekommt. Also da findet man jetzt auch beim Online-System so eine Liste, wo man die ganzen Hotels sieht. Dann gibt es ja auch noch die Erweiterung, dass man jetzt den Status sehen kann, ob das Ganze noch in Bearbeitung ist oder nicht. Da haben sie noch ein bisschen was angepasst. Und dann ganz wichtig, man kann jetzt auch PDF-Dateien hochladen. Für die, die eben Dokumente hochladen und bis jetzt immer nur mit Fotos gearbeitet haben, jetzt geht auch PDF-Dateien beim Online-Thailand-Pass. Und in diesem Zusammenhang mit dem Online-Thailand-Pass auch noch eine wichtige Meldung. Personen, die ab dem 15. Dezember oder nach dem 15. Dezember einreisen möchten, die können erst ab dem 1. Dezember den Thailand-Pass ausfüllen, online oder beantragen. Grund, man geht davon aus, dass signifikante Änderungen kommen. Und das wird wahrscheinlich heute oder diese Woche noch bekannt gegeben. Also es bleibt spannend, ob es weitere Einreiseerleichterungen gibt und Anpassungen beim Thailand-Pass. Was man auch nicht vergessen darf, und dann kommen wir zum nächsten Thema, nämlich das E-Visa-System. Thailand hat das E-Visa-System eingeführt. Man geht also nicht mehr zur Botschaft oder zum Konsulat, um ein Visum für Thailand zu beantragen, sondern man macht das online. Darüber habe ich auch in den letzten Videos bereits berichtet. Da gibt es diverse Probleme. Die üblichen Kinderkrankheiten, an denen wird noch gearbeitet, die werden sich sicher auch verbessern die nächsten Wochen und Monate. Was man aber feststellen kann, und das ist sehr besorgniserregend, und darüber habe ich auch schon mal berichtet, dass jetzt immer mehr Thai-Botschaften in Europa und auch den umliegenden Ländern die Anforderungen für das Rentner-Visum, in Anführungszeichen, also ein Ü50-Visum, Kategorie OA, angepasst haben. Man findet das auf der Internetseite der Thai-Botschaft in Brüssel. Dann diverse skandinavische Länder haben die jetzt auch angepasst. Also es gibt leider da bei den Anpassungen unterschiedliche Summen, die verlangt werden. Aber neu wird es wahrscheinlich so sein, dass ein OA-Visum nur noch beantragt werden kann, wenn man mindestens eine Million Baht auf dem Bankkonto hat. Oder, und da sind die Angaben jetzt auch wieder etwas unterschiedlich, von Seite zu Seite, ein monatliches Einkommen von 2.700 Euro. Also das ist für mich auch nicht ganz nachvollziehbar, warum das jetzt die eine Seite, zum Beispiel Brüssel, eine Million Baht verlangt, und dann skandinavische Länder teilweise 1,2 Millionen Baht, die, also in Los Angeles, die Thai-Botschaft, die hat das ja auch mal drin gehabt vor ein paar Wochen, haben es aber wieder rausgenommen. Dort waren es auch 1,2 Millionen Baht auf einem Bankkonto. Und neu ist es auch so, dass beim E-Visa-System, sogar beim Touristenvisum, eine Einkommensbescheinigung, oder wie man das korrekt nennt auf Deutsch, also man muss nachweisen, wie viel Geld, das man zur Verfügung hat, hochgeladen werden muss. Ich weiss nicht, ob das wegkommt, oder bereits wieder weg ist, aber da gibt es einige, die haben das bereits versucht, dieses Formular auszufüllen, also den E-Pass, elektronischen Pass für Touristen zu beantragen, und die wurden dort nach finanziellen Angaben gefragt. Und ja, fanden jetzt auch nicht alle ganz cool. Also ich bin sehr gespannt, dass da noch alles kommen wird. Auf jeden Fall kommt das Ganze zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt, weil jetzt sind eigentlich die Leute, die noch nach Thailand reisen möchten, für diese Saison, oder halt dann auch erstes Quartal 2022, die wollen jetzt buchen, und die wollen, dass die Systeme jetzt funktionieren. Und wenn halt da jetzt jede Woche wieder irgendwas geändert wird, angepasst wird, dies, das, bei den einen funktioniert es, weil sie gerade zu einem guten Zeitpunkt die Online-Registrierung machen, und das System läuft, und keine Probleme hat. Andere wiederum, die kommen genau an einem Tag rein, und versuchen es, wo es halt einfach nicht geht, sind dann halt etwas enttäuscht, oder deprimiert, versuchen es dann am nächsten Tag nochmal, es geht auch nicht, da muss man halt einfach dranbleiben. Also ich habe Rückmeldungen in der Community, dass einige 15 bis 30 Mal versucht haben, bis es dann endlich geklappt hat. Dann gibt es noch eine Anpassung, der in Anführungszeichen Visa-Amnesty, die heisst zwar jetzt nicht mehr so, aber die meisten von euch verstehen, was ich meine mit Visa-Amnesty. Thailand hat ja während Covid immer wieder die Touristen-Visa verlängert, auch wenn sie bereits abgelaufen waren, sofern man einen Grund hatte, nicht nach Hause reisen zu können. Zum Beispiel hohe Covid-19-Zahlen im Herkunftsland. Und das hat man jetzt wieder verlängert, bis zum 25. Januar. Aber die Immigration hat auch ganz klar gesagt, es werde jetzt ganz genau überprüft, ob man zurückreisen kann oder nicht. Und nur Leute, die schwerwiegende Gründe haben oder halt wirklich nicht nach Hause können, aufgrund sehr hohen Covid-Zahlen oder Krankheit oder dass sie in Thailand noch in Behandlung sind, nur bei denen wird das Visum, das Touristen-Visum noch verlängert. Also denkt daran, dass es wahrscheinlich bald auslaufen wird, euer Touristen-Visum, sofern ihr noch unter der Visa-Amnesty in Thailand seid. Und es gibt auch sehr, sehr viele Rückmeldungen von Personen, die bereits versucht haben, eine Verlängerung wieder zu beantragen und von der Immigration abgelehnt wurde. Ja, ansonsten ist es nach wie vor sehr ruhig in Thailand. Auch die Zahlen sprechen noch nicht dafür, dass sehr viele Touristen einreisen werden. Es kommen zwar immer wieder ein paar, aber es wird ziemlich sicher eine sehr, sehr ruhige High-Season. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn du magst. Grüße aus Thailand.